Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf der Spiel 2022, am letzten Tag und kein Tag darf vergehen, dass wir auch mal bei Gerhards Spiel und Design vorbeischauen. Und neben mir habe ich die Doro. Hallo Doro. Hallo Andreas. Wir haben ein neues Spiel hier vor uns, liegen ab drei Neuheiten und ein Spiel heißt so wie das Getränk oder wie die Pflanze, habe ich ja gelernt, Waldmeister. Genau, da hast du vollkommen recht. Das ist einer unserer drei Neuheiten und die ist auch schon so vergriffen, dass wir auch nur noch eins übrig haben für den heutigen Verkauf. Von daher kommt gut an. Keins mehr. Ist für zwei Personen? Für zwei Personen, genau. Und ja, für zwei Personen unterschiedlichen All das ist relativ simpel, schnell erklärt. Von daher kommt es immer auf jeden an, wie viel Strategie er da einbauen will. Man kann dieses Spiel sicherlich drei Stunden spielen, aber auch 20 bis 30 Minuten. Ich schätze mal, das sollen Bäume sein. Was müssen wir denn tun? Genau, wie du schon siehst, dieses Spielbrett, wenn beide Spieler fertig gespielt haben, sieht es aus wie ein wunderschöner bunter Wald, bestehend aus unterschiedlich farbigen, unterschiedlich hohen Bäumen. Wir haben drei unterschiedliche Farben. Wir haben so ein schönes Zitronengelb, so ein Blattgrün und so ein Tannengrün und unterschiedliche Größen an Bäumen. Ganz kleine Bäume, mittlere Bäume und große Bäume. So sieht es am Ende aus. Am Ende bleiben zehn leere Felder übrig. Ziel des Spieles sind eigentlich zwei verschiedene Spiele. Also die beiden Spieler, die die gleiche Anzahl an Stöpseln bekommen, spielen auf dem gleichen Spielbrett, aber mit unterschiedlichen Missionen in dem Sinne. Der eine Spieler geht voll und ganz auf die Farbe. Dessen Ziel ist es, so viele Bäume mit der gleichen Farbe nebeneinander zu bauen, zu verketten quasi. Und Ziel des anderen Spielers ist es, der wiederum auf die Höhe geht, so viele Bäume unterschiedlicher Höhe miteinander zu verketten. Unterschied, nicht gleicher Höhe, unterschiedlicher Höhe. Unterschiedlicher Höhe. Die vier Messetage machen sich bemerkbar. Also bei dem einen gleich, bei dem anderen unterschiedlich. Genau, also am Ende wird die größte Fläche an zusammenhängenden Bäumen jeweils der unterschiedlichen Farbe oder unterschiedlicher Höhe gezählt. Beispielsweise für den, der auf die Höhe geht, der hat am Ende eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Punkte für seine größten Bäume, unabhängig der Farbe. Das gleiche zählt er auch noch für die größte Menge an mittleren Bäumen und kleinen Bäumen. Also bei den großen Bäumen hier in der Mitte sind jetzt die egal, weil die nicht der größten Verkettung angehören. Der andere Spieler, der auf die Farbe geht, der zählt immer die größte Ansammlung verketteter Bäume der gleichen Farbe. Auch hier wieder die größte Ansammlung. Das heißt beispielsweise gelbe Bäume, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wäre wahrscheinlich die größte Menge. Auch egal, dass hier ein kleiner und großer dabei ist. Dem sind die Größen ganz egal, der geht nur auf die Farbe. Am Ende werden dann die drei farbigen unterschiedlichen Kategorien und drei unterschiedlichen Größen jeweils gezählt und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Der hat sieben. Oder? Ist das hier nicht auch alles eins? Ne, mehr. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau, das sind die dunklen. Der zählt sowohl die größte Ansammlung dunkler Bäume, größte Ansammlung heller Bäume und größte Ansammlung... Ach so, alle drei Farben. Genau, gut, dass du gefragt hast. Habe ich dann nicht verstanden. Okay, also ich, ich, okay, von jeder Farbe und der andere zählt von jeder Farbe die größte Ansammlung unterschiedlicher Größen. Genau, hier zum Beispiel ganz viele ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf kleine Bäumchen und der kriegt die meiste Ansammlung der großen und mittleren, aber immer nur die größte Ansammlung. Okay. Und dann ist natürlich, was eigentlich logisch ist, schätze ich jetzt mal, man startet mit einem leeren Brett. Korrekt. Also kommen wir jetzt zum Spielverlauf. Wie baut man diese Bäumchen hier überhaupt? Da ist das Spielprinzip, das sich Andreas, der Autor in diesem Fall, ausgedacht hat, das Prinzip einer Baumschule. Wir starten am Anfang mit einem leeren Feld und anders als ich es nicht wusste, also ich wusste es nicht, dass in einer Baumschule, dachte ich immer, werden Bäume gepflanzt, die bleiben da für zehn, zwanzig Jahre dann auch und werden dann irgendwann wieder ausgepflanzt und verkauft, aber eine Baumschule, werden die kleinen Pflänzchen häufig umgepflanzt, damit die Wurzeln stärker werden, ein unfassbar tolles Wurzelsystem entwickeln und sich nicht einfach auf die faule Haut legen. Das heißt, so geht quasi die Spielweise. Ein Spieler pflanzt einen Baum seiner Wahl, die Spielsteine werden gleichmäßig und fair aufgeteilt und der andere Spieler, genau, du zum Beispiel, du nimmst diesen Baum raus, merkst dir, wo der drin war und darfst entlang der geraden Linien den Baum umpflanzen, egal wie weit, okay, ganz weit weg, sehr gut oder meinetwegen auch direkt nebendran und steckst in das Loch, das entstanden ist, dein Bäumchen rein. Natürlich immer mit dem Ziel, wenn du die Farbe beispielsweise hast, möglichst viele gleiche Farben nebeneinander zu bauen und mein Ziel wäre es dann, möglichst viele Bäume mit der gleichen Größe zueinander zu bauen. Zum Beispiel nehme ich dann den Baum, stecke ihn mal weg und stecke dafür einen der gleichen Größe rein und habe schon zwei Punkte, die zusammengehören. Verstehe. Das heißt, jetzt gilt das ganze Prinzip weiterhin. Genau. Und man muss nicht immer den letzten Baum nehmen, man kann irgendwelche nehmen. Ah. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen. Ich könnte also jetzt den nehmen, hier direkt wieder hinbauen und dir möglichst einen unfarbigen, den du jetzt gar nicht haben möchtest, da reinbauen. Aha, da hat jemand das Spielprinzip verstanden. Da nehme ich doch den mittleren Baum direkt wieder zu mir und so geht es dann weiter. Irgendwann könnte es dann sein, dass du hier beispielsweise... Mich nicht mehr so einfach bewegen kann, weil da andere Bäume sind. Genau, auch das. Oder du hast hier eine kleine Kette geschaffen, die möchte ich nämlich schnell zerstören, weil mir dieses Imperium etwas Angst macht. Dann nehme ich diesen mittleren Stift, ziehen zu mir, oh, ich kann direkt meine mittleren Bäumchen auffüllen und stecke hier noch einen kleinen rein und hätte dann sogar drei kleine Bäumchen und deine Farbkette ist unterbrochen. Am Anfang kann man da aber noch gar nicht so sehr auf etwas setzen, weil am Anfang ist es ja noch relativ leicht, das zu zerstören, das muss da dann. Genau, und irgendwann kommt der Punkt, dann kesselt sich das ein und dann muss man gucken, dass der letzte, der gesetzt wird, einem passt oder man hat irgendwas dann unterbrochen. Was kostet denn dieses edle Spiel in Deutschland, hergestellt mit deutschem Holz und auch noch gefinisht? Genau, das ist Buchenholz geölt, auch die Stifte sind geölt, von daher wunderbare Westerwälder Holzqualität, kostet 48 Euro. Und kann man natürlich kaufen hier auf der Messe, aber das ist jetzt schon zu spät, wenn ihr dieses Video seht. Nein, es ist noch da. Es gibt es beim Fachhändler und Gerhards freut sich natürlich unglaublich gerne, wenn ihr es im Onlineshop von Gerhards Spiel und Design kauft. Oder noch besser, ich glaube es war montags, war das montags? Der Tag, wo man bei euch vorbeikommen kann? Die ganze Woche. Die ganze Woche, die ganze Woche kann man auch vor Ort einkaufen und kann vor Ort Spiele kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall doppelt und dreifach, weil dann lernt man die Jungs auch mal kennen und wir waren ja auch Gast. Wir durften uns mal die Fabrikhallen anschauen, es war sehr, sehr schön. Dann danke für die Vorstellung. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. 見etreideideideideideideideideideideideideeideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide